Die deutsche Schlagermusikwelt steht Kopf, Thomas Seitel hat Helene Fischer seine Liebe gestanden und will sie heiraten. Diese Nachricht sorgt für Furore und lässt die Herzen der Fans höher schlagen. Doch wie kam es zu diesem romantischen Geständnis und was war die überraschend Wendung am Ende? Lassen Sie uns eintauchen in diese bewährende Geschichte. Seitdem Thomas Seitel und Helene Fischer im Jahr 2018 ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, gelten sie als das Traumpaar der deutschen Schlagerszene. Ihre Liebesgeschichte begann, als Thomas, ein talentierter Akrobat, Teil von Helenes Bühnen so wurde. Ihre gemeinsamen Auftritte waren nicht nur spektakulär, sondern auch voller Chemie und Emotionen, die das Publikum förmlich spüren konnte. Die beiden haben seitdem viele Höhen und Tiefen gemeinsam gemeistert und ihre Beziehung abseits der Öffentlichkeit gepflegt. In den letzten Monaten bemerkten die Fans, dass Thomas Seitel und Helene Fischer immer häufiger in der Öffentlichkeit zusammengesehen wurden. Ihre gemeinsamen Auftritte waren geprägt von zärtlichen Gisten und liebevollen Blicken, die keinen Zweifel an der Tiefe ihrer Gefühle ließen. Besonders auffällig war, wie aufmerksam und fürsorglich Thomas sich und Helene kümmerte, sei es bei öffentlichen Veranstaltungen oder im privaten Rahmen. Ein besonderer Abend sollte jedoch alles verändern. Helene Fischer war eingeladen, bei einem exklusiven Galakonzert in Berlin aufzutreten. Die Veranstaltung war bis auf den letzten Platz ausverkauft und die Spannung war greifbar, als Helene die Bühne betrat. Thomas Seitel saß im Publikum und verfolgte jede Bewegung seiner geliebten Partnerin mit bewundernden Augen. Während des Konzerts bemerkten die Zuschauer, wie Thomas immer wieder liebevolle Blicke zu Helene warf und bei ihren Liedern mitsang. Es war offensichtlich, dass die beiden eine tiefe emotionale Verbindung teilten, die das Publikum berührte. Als Helene ihren letzten Song ankündigte, spürte man, dass etwas Besonderes in der Luft lag. Nach der letzten Note ergriff Helene das Mikrofon und sagte, ich möchte diesen Moment nutzen, und jemand ganz besonderen zu danken. Thomas, deine Liebe und Unterstützung bedeuten mir alles. Das Publikum applaudierte begeistert, doch Helene war noch nicht fertig. Es gibt noch etwas, das ich sagen möchte, fügte sie hinzu, und ihre Stimme zitterte vor Emotion. In diesem Moment stand Thomas auf, nahm das Mikrofon und trat zu Helene auf die Bühne. Helene, begann er, seit dem ersten Moment, als ich dich getroffen habe, wusste ich, dass du etwas ganz Besonderes bist. Deine Stärke, das ist Talent und deine Liebe haben mein Leben verändert. Und ich möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Die Zuschauer hielten den Atem an, als Thomas vor Helene auf die Knie ging und einen funkelnden Ring aus seiner Tasche zog. Helene, willst du mich heiraten? fragte er, und das Publikum brach in Jubel aus. Helene, sichtlich gerührt und mit Tränen in den Augen, nickte und sagte, ja, Thomas, ich will. Das Paar umarmte sich und teilte einen leidenschaftlichen Kuss, während die Zuschauer sie mit stehenden Ovationen feierten. Diese unerwartete Verlobung war der Höhepunkt eines bereits unvergesslichen Abends und ein Beweis für die tiefe Liebe und Verbundenheit zwischen Helene und Thomas. Doch die Überraschungen hörten hier nicht auf. Nach dem Konzert luden Helene und Thomas die Presse zu einer exklusiven Pressekonferenz ein, und ihre Verlobung offiziell bekannt zu geben und Fragen zu beantworten. Der Raum war voller Reporter, Fotografen und neugieriger Fans, die darauf warteten, mehr über das frisch verlobte Paar zu erfahren. Thomas begann die Konferenz mit einem Lächeln, wir sind überwältigt von der Unterstützung und Liebe, die wir von unseren Fans erhalten haben. Es war ein unvergesslicher Moment, und wir freuen uns darauf, diesen neuen Lebensabschnitt gemeinsam zu beginnen. Helene fügte hinzu, es war immer unser Traum, unsere Liebe mit unseren Fans zu teilen. Wir haben so viel Unterstützung und Ermutigung von ihnen erhalten, und das bedeutet uns die Welt. Wir können es kaum erwarten, unsere Hochzeit zu planen und dieses besondere Ereignis mit euch allen zu feiern. Doch die größte Überraschung kam am Ende der Pressekonferenz. Helene und Thomas standen gemeinsam auf der Bühne, als Helene das Mikrofon ergriff und sagte, Thomas und ich haben noch eine besondere Ankündigung zu machen. Wir erwarten ein Baby. Das Publikum brach in begeisterten Jubel aus, und die Glückwünsche flogen nur so herein. Die Fans waren außer sich vor Freude und konnten es kaum erwarten, das kommende Familienglück mitzuerleben. Die Nachricht von der Verlobung und der bevorstehenden Geburt ihres Kindes verbreitete sich wie ein Lauffeuer. In den sozialen Medien überschlagen sich die Glückwünsche, und die Vorfreude auf die bevorstehende Hochzeit und die Ankunft des Babys war förmlich greifbar. Helene und Thomas haben angekündigt, dass sie sich nach der Hochzeit und der Geburt eine kurze Auszeit gönnen möchten, und ihre Flitterwochen zu genießen und ihre neue gemeinsame Reise als Familie zu beginnen. Doch eines ist sicher, wenn sie auf die Bühne zurückkehren, wird ihre Liebe und ihr neues Familienglück ihre Auftritte noch magischer und unvergesslicher machen. Die Geschichte von Thomas Seitel und Helene Fischer zeigt, dass wahre Liebe wirklich alles überwindet und die schönsten Überraschungen bereithält. Ihre Verlobung und die bevorstehende Geburt ihres Kindes sind ein Beweis dafür, dass ihre Liebe stark und unerschütterlich ist. Die Fans können es kaum erwarten, die ersten Bilder der Hochzeit und des Babys zu sehen und mit Helene und Thomas dieses unglaubliche Glück zu teilen. Es ist ein doppeltes Wunder, das zeigt, dass wahre Liebe wirklich alles überwindet und die schönsten Überraschungen bereithält.